Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves, The Legend of Monkey Island. Ähm, ja, wir sind hier im Zirkus angekommen und wollen 10.000 spanische Dublonen verdienen, indem wir das Zeug mitmachen, was die da haben wollen. Wir sollen mit denen zwei reden. Alfredo geht mit uns die Routine durch, was wir wahrscheinlich machen müssen, und Bill gibt uns Schutzausrüstung, also Kleidung oder, ja, wahrscheinlich diesen Kochtopfhelm. Aus Teil 1 oder so irgendwie war das. Wir reden erstmal mit Alfredo. Äh, was genau ist das Spektakel von Melee Island? Ja, wie auch immer. Und was muss ich tun? Okay, also Startlinie gegen Glocke läuten. Dann die Leiter hochkleben, das Drahtseil überqueren und die zweite Glocke läuten. Also danach über die Plattformen, okay, dritte Glocke. Dann den Draht runterrutschen, also das ist definitiv etwas schwieriger, als das, was Skybrush hier machen musste. Ja, aber was passiert, wenn ich falle? Autsch, okay. Ich glaube auch nicht, dass ich das beim ersten Mal schaffen werde. So, was ist jetzt mit dir? Okay, doch keine Schutzausrüstung mit Helm, sondern tatsächlich nur ein Kostüm. Ja, normalerweise benutze ich keinen Helm. Okay, was kann ich gewinnen? Habt ihr zwei wirklich so viel Geld? Okay, warum veranstaltet man einen Zergus auf einer Insel voller Piraten? Das ist eine gute Frage. Die Piraten und die Zergusse sind ein perfektes Feier, das ist warum. Du musst nur logisch über das denken. Piraten sind alles über die Todesfälle von Glauben und Gewinn. Sie sich auf hohen Blumen hoch in der Erde und sich auf die ferochsten Tiere befinden. Aber ehrlich gesagt, was die Piraten am meisten lieben, ist, dass andere Menschen füllen sich in den Publikum zu machen. Das ist, warum wollen wir die Sackle, die Mitglieder der Publikum, die Mitglieder der Publikum. Du kannst die Bellen schreien, aber die Herausforderung dauert nicht, bis du in das Kostüm und selbst den Helm. Okay. Also. Halt, äh, wo war das? Das war hier. Zerguskristum aufnehmen. Wo ist das in der Kleider-Truhe aus? Was öffnen? Ah, da können wir uns auch wieder ein bisschen, äh. Jetzt muss ich doch mal nachschauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwelche Dinge auch wieder gibt, wo man hier, äh, Dings machen muss. Wo haben wir denn die Kleider-Truhe? Da ist er. So, ähm, Kostüme. Dann ziehen wir doch mal dieses Kostüm hier an. Moment, wie war das? Wir haben es auch wirklich an, oder? Ja, ich glaube, wir haben es wirklich an. Ich hätte es ganz gerne mal. Ah, wie war denn das? Einstellungen. Man konnte doch irgendwie auch wieder rauszoomen. Ohne Feuern. Bop, bop, bop. Kreismenü. Aufgegenstände. Rad umschalten. Irgendwo konnte man das doch machen. Ja, SD hochschwimmen. Langsam gehen. Push-to-Talk ist es nicht. Erstaunen ablegen. Waffe ist klar. Rapone. Q und E. Karte rein. Misskarte und Missionsbuch rein und rauszoomen. Ach, das geht auch noch. Okay. Eimer, Kanonenkugel, Instrument, Taschenohr. Wurfgegenstände, Holzbrett. Kreismenü. Hm. Hat umschalten. Ach, das wollte ich doch gar nicht machen. Mist. Kann ich wieder zurücksetzen? Verdammt. Premieraktion hier. Das war auf jeden Fall. Linke Maustaste. Jetzt habe ich es wieder. So. Hat umschalten. I. Achso. Äh, O. Was passiert jetzt, wenn ich O drücke? Irgendwie gar nichts. Ah ja, okay. Das ist irgendwie, ja. Na gut, dann lassen wir das mal. Ich dachte, ich könnte, da man könnte, ich dachte eigentlich, da gab es irgendwas, dass man, dass man quasi, äh, in der Third-Person-Dings sich das alles nochmal anschauen kann. Aber ich finde es jetzt leider nicht, wie man es einstellen kann. Das ist Foto-Modus. Ich muss auch jetzt gestehen, jetzt so langsam habe ich auch keine Lust, die ja noch groß uns rumzuschauen. Ob ich das jetzt finde. Und vielleicht, äh, nach der Folge, äh, oder auch nicht. Vielleicht, ja, vielleicht in der... Nee. Nee. Dann lassen wir das mal. Okay, also. Schauen wir uns das ganze Ding mal an. Wir sind ausgerüstet. Das heißt, wir müssen jetzt hierher gehen. Glocke läuten. Ah, hier müssen wir die Glocke läuten. Dann müssen wir da hochgehen. Und zwar hier rüber. Und dann... Da ist die nächste Glocke. Über die Plattform hüpfen. Äh, über die Dinger drüber gehen. Hm. Also, ich muss nochmal kurz reden. Also, wie war das jetzt nochmal? Also, Startlinie läute die Glocke. Leiter hochblättern. Drahtseil überquäken. Und die zweite Glocke läuten. Über die Plattformen springen. Und die dritte Glocke läuten. Okay. Also, wir gehen da hoch. Da oben müssen wir dann die nächste Glocke läuten. Über die Seile rüber. Das heißt doch eigentlich hierher. Und dann wahrscheinlich über die Seile. Und... Ja, hier über die Seile irgendwie. Hier rüber. Das Ding hier runterrutschen. Kanone. Ja, okay. Wir probieren es jetzt einfach mal. Was soll schon passieren? War da nicht noch eine zweite Glocke? Wow. Hui. Okay, und wie war das jetzt? Über die Dinger hier rüber? Ah. Okay, wir machen es jetzt einfach mal ohne Glocke. Also, das ist klar. Also, hier hoch gehen. Hier rüber gehen. Glocke läuten. Hier her. Hier her, Glocke läuten. Dann müssen wir wahrscheinlich hier her. Seilrutsche verwenden. Ja, okay. Und dann schießen. Okay. Probieren wir es nochmal. Also, das haben wir jetzt. Alles klar. Du kannst es machen. Du kannst es machen. Alles, was du tun hast, ist, riecht die Belle. Diese Partie ist ein bisschen freundlich. Wir können es machen. So. Ach, muss ich dir auch noch aus? Kanone klettern. Oh. Okay. Hehehe. Was passiert, wenn wir es jetzt nochmal machen? Ha. Okay. Schauen wir mal, ob wir die nochmal ausrichten müssen oder ob das jetzt passt. Ach, ja. Voll ins Feuer vor Dingsfeld geraten. Nein, ich hab eigentlich Höhenangst. Ich hab gesagt, es war nicht unmöglich. So, ich bin da. Eine 10.000. Ja. Ich hab immer gesagt, dass der größte Preis war 10.000 Pieße an 8. Ja. Aber wir vergessen, dass die Administrationsfälle nennen. Wir haben. Oh, wir haben. Und die mandatoren Tri-Island-Empathen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die wollen mir kein Geld geben, ha? 404 Spanische Dollar erhalten. Ja, super. Remember, wenn du willst, wenn du den BTO-Rekord versuchen willst, musst du auf die... Back for another run of the melee act. Okay. Wir ziehen auf jeden Fall jetzt mal... Mhm. Wir ziehen... Ich will mal kurz hierher gehen. Piraten-Logbuch. Ich glaub, ansehen war es. Seemanns-Granis. Muss ich mal kurz reinschauen. Also was, Hammer, du hast den verschluchten Nebel vertrieben, der melee eilend einhört. Du hast eine Zirkus-Vorstellung abgeschlossen und du wurdest auf seinen neuen Shop gefeuert. Schließe die Prüfung des Schwertes ab. Schatzjäger und Prüfung des Stinks. Das ist auch klar. Schließe die Mission für Guybrush ab. Hm. Schließe eine Zirkus-Vorstellung in weniger als 25 Sekunden ab. Okay. Nutze beim Beleidigungsfechten jede Beleidigung und jede Erwiderung. Mhm. Genieße einen köstlichen, klassischen Grog. Also in der Bar können wir das jedenfalls nicht machen. Kitzle die Bestie. Das kommt mir sehr bekannt vor. Schicke es dann auf eine Ozeanseefahrt. Lese alle Journale von Elaine durch. Das ist wieder so ein Sammelding anscheinend. Okay. Genieße alle Aussicht an allen Erinnerungspunkten. Wieder zehn Erinnerungspunkte. Es gibt es also doch. Und ich würde sagen, sie muss hier irgendwo im Zelt sein. Oder außerhalb des Zeltes. Das muss einfach sein. Schließe alle Belobigungen im Seemannsgan-Mission für Guybrush ab. Ja, okay. Innerhalb von 25 Sekunden. Ja, ich will diese 25 Sekunden. Ja, andererseits. Wir probieren es einfach mal. Einmal. In 25 Sekunden, das zu schaffen, das ist schon heftig. Wobei wir mit 27 Sekunden relativ nah dran gekommen sind. Die Frage ist, wollen wir das wirklich schaffen? Don't look down! Get to the next man! You can make it to the ground, the front man. Come on! Launch! Out of the way! Und? 25. Hahaha. Das war so knapp. Naja, ich glaube, ich lasse das. So, Kostüm. Kann ich die einfach ausziehen? So. Ja. Jetzt sind wir wieder ganz normal unterwegs. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir wieder und dann normal unterwegs, glaube ich. Gut. Und wir sind hier fertig. Vielleicht schaue ich irgendwann mal noch, ob wir vielleicht diese Dinger schaffen. Oder sie auch nicht schaffen. Das muss ich mir noch überlegen. Aber, ja, erstmal machen wir es nicht, denke ich. Erstmal gehen wir vielleicht ganz normal auf die Dings über. Wobei ist natürlich auch die Frage, ob man vielleicht ein paar von diesen Dingern, ja, zum Beispiel das, was wir gelesen haben, mit Beleidigungsduell Dingsbums, alles benutzt zu haben, könnte sein, dass das nur einmal geht. So, da drüben ist das Ding, der Eingang zum Dingsbums. So, das Zelt, da geht es dann in das Ding rein. In den Wald. Und wahrscheinlich außenrum noch. Lasst uns erstmal, denke ich, weitergehen hier. Richtung Stan. Stan und dann Spy. Da muss man ja doch vorbeikommen, wenn wir auch zum Smirt wollen. Ah, eine Brücke. Und was haben wir da? Hinterhalt von Alain Lesen. Sehr schön. Der Hammer das Erste. Ach, halt doch, da gab es so eine Brücke, gab es da nicht, da gab es eine Brücke, glaube ich. Da, wo der Troll gestanden hat, oder? Ja. Und zwar. Glückwunsch. Ich war schon in einem wirklich fulgischen Mood, also hatte ich ein paar Schäden in mir, um sie zuerst auszulternen, bevor sie mich überwinden. Es war nicht lange, bevor meine Trüben-Brunsch war gezwungen wurde um die Mäschwäden. Aber ich hatte noch ein Böden auf meine Schäden. Gut, dass du das auch noch nicht funktioniert. Der Schäden, aber... Es ist mehr als ein Blumen des Zischenmiss, und es ist schlägt in rund mir. Es wird nicht lange, bevor die ganze Schäden wird sich verletzt. Und wenn das passiert... Ich bin sorry, Guybrush. Ich muss mich selbst schützen, bevor ich Sie schützen. In der Fall, du hier bist, in der Dreamland. Aha, vielleicht, das hört sich eigentlich auch an, als ob wir die alle mal suchen sollten. Da sollte ich vielleicht mal eine Karte oder so mir raussuchen aus dem Internet, wo es die ganzen Sachen zu finden gibt, weil sonst, äh, ja, das dauert dann lange. So, was können wir dann? Ah, guck mal, da haben wir doch so ein Ding hier, mit dem Federkiel. War da immer ein realer Troll hier? Hm, wahrscheinlich nicht. Ja, wie auch immer. Gut. Ich glaube, ich würde die ganzen Dinger glaublich wirklich ganz gerne machen. Die Frage ist nur, die übersieht man teilweise so leicht, ob ich mir nicht doch noch da ein bisschen Hilfe hole. So. Okay, wie kommen wir hier rüber? No Trolls. Das ist das Schild, das Guybrush angebracht haben muss. Ah. Ich glaube, ich weiß, wie wir rüberkommen. Seht ihr diese Seildings? Da müssen wir von da oben hoch, äh, hier runter, können da runter gehen. Ja, runterrutschen und dann kommt man auf die andere Seite. Müssen wir aber wieder ganz hoch laufen. Müssten wir aber tatsächlich hier wieder ganz nach oben. Boah, auf das habe ich jetzt auch irgendwie keine Lust. Oder kommt man da irgendwie rüber, wenn ich das hier halt einfach lang laufe? Ach, da kommen wir gar nicht weiter, oder? Ja doch, wir könnten da je nachdem weiterkommen. Die Frage ist, verbaue ich mir gerade wieder alles hier, oder? Das sieht nämlich nicht nach einem Originalweg aus. Oder geht es hier zu dem Dings rüber? Zu Mithook. Andererseits war Mithook. Ah, so kann man das machen. Was ist das? Das ist das? Jetzt sind wir da lang gelaufen. Also, ist das jetzt die Hook-Insel hier? Aber das sieht eigentlich eher aus, als ob das das, äh, Kap von Dings wäre. Hm. Ne, das ist Hook-Insel. Das da ist Hook-Insel. Das da ist die Hook-Insel. Kommen wir dann vielleicht doch hier irgendwie weiter? Ah. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und das ist dann die Insel, äh, das Ding von Smirk. Dann könnten wir da noch irgendwie hier runter. Andererseits sieht es nicht aus, als ob wir da wieder hochkommen. Also, lassen wir das mal. Ah, ne, das sieht irgendwie... Ja, gut. Dann gehen wir zu Smirk rein, hätte ich gesagt. Smirk rein, hätte ich gesagt. Und versuchen mal, ob er vielleicht den weh... Und dann zu Stan. Und dann versuchen wir mal, ob er... Ach, guck mal. Der alte Glybrush. Da muss es bestimmt auch wieder so ein Ding geben, wo man sich hinsetzen kann. Da ist es auch. Das können wir dann beim nächsten Mal schauen. Das war da. Das machen. Okay. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.